Herzlich Willkommen auf meinem Kanal Marcel Darfers, wir spielen heute wieder eine Runde Velo-Rant Mit dabei ist das altbekannte Schnitzel Felix, Servus Willkommen Servus Ich sage, starten wir gleich rein Leute, bis gleich Hallo Leute, wir sind jetzt im Game mit Felix, ich bin hier mit dem Schnitzel Servus Jo, und jetzt Angriff Felix, wo bist du? Angriff Oh, bist du auf der anderen Seite, musst du hier kommen, wo bist du? Warte Kami, hab die Haare Wie wir sind solche Psycho-Marschport teilweise Bin ich auch, eh Nicht so teilweise Ah stimmt, die Feuerbälle sind ein anderer Charakter Ja Schade, so Also ich spiel nur mal einen anderen, deswegen Ja, du spürst ja, denn ich spiel, ne? Ja Ja Klaus, meine Sachen Ey, das ist die einzige Map, wo ich nicht spiel, glaube ich sogar Was? Ja Ja, moin So Leute Ich würde sagen, das Video ist bis zum Ende Na Spaß, rein Ja Danke, bist du schon 1 Minute 33 Ne, wir sind uns in der nächsten Untergang wieder, bis gleich So Leute, jetzt sind wir bei der zweiten, und nachdem Die erste Runde irgendwie Die erste Runde irgendwie komisch aufgeben, oder irgendwas in der Richtung, oder? Keine Ahnung Felix, wo bist du? Ich bin gestorben Boah Super Super Jetzt muss ich in den Titel schreiben, meine Freundin ist gestorben in der Villa Mein Freund ist gestorben Super, danke, hast du gut gemacht, also muss ich wieder Clickbait machen Digger, so, so richtig fertig gibt man Clickbait, oder wie? Ja, man Ja, da ist so ein schwarzes Thumbnail Ja, aber nur auf meinem Gesicht, ne? Ja, das ist doch ein fett, einfach so ein schwarzes Thumbnail mit R.I.P, Bruder Bestie für den richtigen Clickbait Schau wieder auf Und so, mal rein, da hoch rüber Ab in die Mitte Oh 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 Ein Gegner übrig Oh 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 Keine Ladung übrig Ja, gib Da war Ja Kiwana und Felix Und sie versuchen mich zu überwältigen Hey, Felix Mehr Anstrengungen, wir wollen gewinnen, oder? Trägen wir dich noch mehr an Ja Felix, das hat doch nichts zu abgemacht Du musst gut spielen, aber nicht besser dastehen, weißt du? Wo läuft das hier auf YouTube? Io Jo Danke, danke Ja, Spaß Na Ja aber Hey, ich spiel' nichts auf dazu zu sagen Ja, stimmt so oft wie ich spiele das reicht ganz sicher nicht das kann ich dir versprechen oh verdammt hallo zwei prozent warum glaube ich dass wir das menschvoll hier empfehlen wichtig wer ist schuld bei einem verlorenen match jesus nein das internet ja und die gegner oder die heck natürlich ja mehr und die mädchen die auch direkt noch aber scheiße eigentlich die hacken sich selbst war wichtig immer ist der andere schuld beim zocken gerade jetzt in dem fall ja jetzt haben wir raten wer drückt mal tab auch mal auf den untersten dann wer das ist ja ich bin schuld oder wie ja ja nein du bist nicht ganz und du hast keine null kills früher du hast keine null ich bin davon jetzt sei stolz drauf ja was ist eigentlich was ist meinem und wenigstens meine und bei dem du wirst wiederbelebt sozusagen also aber du musst du wirst an dem punkt wiederbelebt den du wenn du eingesetzt hast du jetzt kannst du reinrennen ist so lange du sie der balk unten läuft wird in der zeit wird wieder belegt wenn auch wenn du stirbst du hast alles voll rechts von dir hinter dir der war one hit ne der 140 der faktor das ist nützwein wir haben gewonnen felix nur weil ich den tag in 140 getroffen hat ja nur du nur 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 wegen dir ja ja bleib mal angst du hast du ihn gemacht doch doch kann ich auch nicht das spiel ich ganz einfach keine wendel kann sich sagen dass ich schlechter willst du doch doch kann ich bei zweiter kill dies bei platziert gemacht so alles gut ja geh du den weg er ist besser der wird die wetter sei also tower vielleicht da ungefähr haben wir da wird zu sein letzter leben der verbündeten in der der ex leben alles gut wir halt mal halb immerhin du hast drei kills siehst du ich bin doch gut gemacht aber das gar keine sachen sie wegknallen ruhig nur mit der hier ganzes oder mit der hier spektrafen zu spielen dann geht es also mit einem kleinen spielen laufen schließen die ist nicht so genau aber ab und zu geht es ich weiß genau wo ihr seid du bist toll die hacken oder die hacken oder gegen hacken mit der gegen hacken oder immer immer das wollte ich hören das wollte ich hören jeder runde auch um die scheiße sind sie hacken immer klischee 94 also felix machen wir es anders so weiter ich brauche geld ich brauche beute wir sind alle arme schlucker wollte ich auch kann sagen auf mir nachzumachen mit der also ich bin mitbekommen es gibt dort so sind wir aber auch ja spaß jetzt bin ich dran wenigstens der sie noch leben vorsichtig Oh verdammt, sorry. Nein! Warte, komm, bitte sei Stark, bitte, bitte. Nein. Nein. Garren. Junge, aber der Headshot war clean. Ja. Wie? Was meinst du, wie? Wie bist du Letzter? Wie kann das sein? Junge, ich bin der fucking Sage. Ich muss nicht Erster sein. Trotzdem, wie? Außen ist es egal, wer, wer wo ist. Trotzdem, wie? Das ist mir so gut. Bist du immer so weit oben? Ich smurfe, Junge, die sind Level 13 und Level 23 und so eine Scheiß. Willst du mir deswegen begründen, warum ich weit oben als du bist? Als Noob eigentlich, in dem Spiel? Junge, ich schlaf gerade. Dann schlaf nicht. Geht nicht. Warum denn? Stark, gut Job. Schöne. Ja. Komm, mach's besser. Hol den Sieg, hol den Sieg, komm. Das war knapp. Nooscope Operator, sagst du? Mach auch. Fries ist zu Nooscope. Spike platziert. ich habe für die grenade gebetet das kann das kannst du nicht machen das kannst du nicht machen das kannst du nicht nah machen das kannst du einfach das geilste ich hab sie auf aufnahme ist ja noch besser ich kann es dir anschauen wenn ich sie raus schneid ich brauche den fucking kleben die kriegst du okay hallo ich bitte einen döner kaufen hallo hier kriegst du nahr das ist eine metallwaffe nicht so gut das ist eine dünnerwaffe dünnerwaffe ist okay oh wir holen uns das noch so ja Ja, Felix! Ah, du hast völlig gelebt mehr, aber alles gut. Viel gut zu Felix. Hast du gut gemacht. Er will ja schon wieder aufgeben. Ich bin's nicht. Ja, ja, sagen die alle. Danke. Ich lass mich schlafen, okay? Soll ich dich schlafen lassen? Nein, Felix, du redest. Red mal was. Hä? Honolulu. Felix! Oh, Felix, wie war der Tag zu? Was, wie, was, hä? Hä? Sorry. Oh, kleiner. Oh, kleiner. Nega, wie oft! Ich geh'n aus 6, 7, 100 Schüsse her. Ne, er stirbt nicht. Ich hab' ihn. Ja! Genau. Spielen wir jetzt bis 12 oder bis 13? Bis 13. 2 Abstand immer, oder? Ne, ne, das ist nicht das, das ist nicht das Ding. Ähm. Bei Unrated ist es immer bis 13. Oh, okay. Ja. Ich weiß, es gibt ja manchmal, wo du auf 2 Abstand spielen musst. Ja, ja, das ist, glaub ich, ranked. Okay. Aber es ist eh schon schwierig genug, bei mir ranked zu spielen. Ich bin alleine long. Lade nach! Jetzt nix an dir, Kumpel! Lade nach! Ja! Lade nach! Ja! Ja! Vorsichtig! Oh! Oh! Schnapp sie dir! Gekko ist tot! Grenate! Ein Gegner übrig! Okay, Junge. Im Typ drin. Ah, du weißt ja gar nicht, wo. Hinter dir! Ach, verdammt! Ja, nicht, wo er durch sind! Spike in B! Ja, hab ich gemerkt. Soll das aber nicht machen. Ja! Hust du und gewonnen! Ist doch egal! Digger, wie ist... Digger! Wir sind jetzt schon bei 38! Oh! Wir gewinnen diesen Kampf und diesen Krieg! Ach! Los geht's! Mein Operator! Hm. Komm doch! Felix! Ja! Ablegen! Ja! Ablegen! Ausletzung. Ich spiel dir das mal weg! inteligere klappt dann eben war schon gut gespannt das geben ja da wird es ich bin nicht mehr gut mit erwähnen die ich habe heute vor allem heute nicht was vor allem heute nicht schon schweig immer so gut und er ist jetzt wieder ein skinchanger um attack 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 bro attack angriff was gesichtet aber verdammt Oh, Ma. Ja, komm. Komm, weh, du schaffst das! Ist ja das Eck dort nicht taktischer? Nein, nein, nein. Das ist ja offen, wenn die Woll kaputt geht. Ja! Jawoll! Sieg! Und hiermit verabschiede ich mich. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Willst du noch was sagen, Felix? Schön mit Öl. Bis dann!